Noch so ein Grund, warum ich mich nach da oben vorkämpfen will, weil hier ist ja nochmal Batzenlenia, mit dem wir die Wanderinnen upgraden können und Druidinnen ausbilden können. Und ja, die Bären sind nicht in Reichweite der Bärensammler, nee. Gut, dann warten wir jetzt, bis wir die Nahrung zusammen haben. So, die haben wir zusammen. Und das heißt nochmal fünf von euch und fünf von euch. Und jetzt können wir, wie gesagt, von oben her aufräumen. Auf geht's! Die Truhe da haben wir übersehen. Und da ist auch noch Nahrung, glaube ich, die wir einsacken könnten. Hm? Oh, okay. Ja, große Klingenwaffen 17 bringt leider nichts. Nur große Schlagwaffen. Sofort! Dann reiben wir jetzt mal von oben her auf. Nur zu! Zwerge! Mach hier los! Ach stimmt ja, das Fleisch benutzt man ja hier, um den T-Rex was glaube ich zu rufen. Sofort! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schnell! 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 So, das war der einfache Teil. Also der eine einfache Teil. Jetzt das Monument hier befreien. Auf mein Kommando. Als nächstes. Und dann müssen wir hier runter. Also ja, das hier noch alles näher machen, was da unten ist. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was. Mhm. Speipflanzen. Hier sind sogar noch ein paar normale Untote. Folgt mir. Vorwärts. Aber jetzt erstmal doch die Truppe wegmachen. Ah, hier unten ist schon noch gut was. Nie teilst du mich reichen. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Geht weg. Halte durch, Männer. Schlagt sie zurück. Nie teilst du mich reichen. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind überall. Geht weg. Feindlicher Angriff. Nie teilst du mich reichen. Verstärk die Deckung. Verstärk die Deckung. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Verstärk die Deckung. Nie teilst du mich reichen. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Schließt die Reihen. So, die sind weg. Auf meinem Befehl. Mir nach. Alles eingesagt, was rum lag. Gut. Ja. Sofort. Schnell. Und ja, ich greife von hier aus an, weil da habe ich größere Angriffsfläche für meine ganzen Fernkämpfer. Folgt mir. Sofort. Sofort. Folgt mir. Vorwärts. Für die Freiheit. Verstärk die Deckung. Verstärk die Deckung. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Ihr seid schwar. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Verstärk die Deckung. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind schwar. Schließt die Reihen. Zu allem entschlossen. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Was soll ich tun? Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Ja, so ungefähr stelle ich mir das doch vor. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Geht weg. Ich hätte natürlich auch von hier aus angreifen können. Fort. Fort mit euch. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Geht es los? Da ist auch noch mal eine Speipflanze, die weg muss. Haltet durch, Männer. Geht fort mit euch. Geht weg. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Fort mit euch. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Genau, solange die Schar irgendwas unwichtiges angreifen wie Jankai oder Alia, was eh nicht sterben kann, soll es mir recht sein. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Schlagt sie sich durch. Schlagt sie sich durch. Und los. Gut. Mir nach. Das heißt, jetzt nur noch die paar Untoten hier am Monument erledigen. Folgt mir. Dann haben wir es geschafft. Jedenfalls die Festung wieder einzunehmen. Geht es nie über. Schlagt sie sich durch. Tein ist das Licht. Lạch bagged weil ich das nicht inkcribete. Ich bydee. Im